aber auch mal das Volk aber auch mal ich stehe ich nicht und kommen haben war ich habe gesagt dann warum er aus das schmuckstück öffnen oder er hätte das ist nicht geschafft also das dreifache von mir Niko, bau mich noch auf, mach's gut ich weiß, ich bin sowas richtig gut so Niko, jetzt verkack du auch mal richtig komm, ja super, genau Schild, ach schade ne, es wird zu stark lol ach schade hast du drei, ich hab vier ne, du hast auch vier ja, doch nicht ich hab sogar fünf Mensch, super toll, ich freu mich oh, das Schlimmste ist immer Puzzle aufzumachen diese Scheißfolie guck mal, wie mein Ei leuchtet oh, ich hab's aufgekriegt guck mal, wie mein Ei leuchtet sehr schön aber man erkennt man irgendwie die grüne Farbe nicht mehr ach schade, funktioniert nicht beide synchron lol, wieso bin ich denn erzählen gerollt oh Gott scheiße nein nein, 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 nein nein lol lol, ich hab schon zwei Schläge verballert jetzt oh mein Gott du hast auch zehn ja ich hab auch zehn verkack ich einmal und du auch wenn ich hier rumschieten nein er schafft es sogar ich glaub's nicht so verkackst du doch immer auf jeden Fall ah, das war zu weit gesprungen das war ein bisschen weit bei dir, oder? oh man alter, dieses yes, yes ich wollt grad sagen, sind die Teile noch kleiner? nein, sind sie nicht das ist doch gemein das sollen 1.000 Teile sein what the fuck, alter ich bin voll oh was kann man sich gar nicht vorstellen, dass das 1.000 Teile sein ich komm da nicht rüber ey ey, das ist doch jetzt jetzt so und jetzt jetzt verhaust du das out of strokes oh, ich hasse es oh mein Gott oh, neu was gibt's noch, was hast du gesagt, einen Zylinder gibt's noch und Q und Würfel ja, Würfel, ne okay, komm lass noch einmal mit Würfel Würfel das Verkacken macht grad so viel Spaß oh mein Gott oh Gott ja, hast schon wieder einen besser als ich yes nice ausgleich ausgleich hast du recht damit gerechnet, dass ich den reinmache ich hab echt damit gerechnet, dass du den reinmachst, ja lol ja ja lol aber es ist immer so, am Anfang verkackst du und am Ende bügelt du die Scheiße wieder aus ja, weil dann die schweren Maps, die schweren Maps kommen oh, das war knapp Leute, mit dem Ding zu hüpfen, ist ja voll gut ach was das war mit dem Ei auch nicht so schlecht naja dahin muss ich nein schade halte halte, wieder einen ja oh, du hast auch vier Schläge gebraucht ja, ich hab einen wieder zu langsam gehauen oh, das wird mies danke schön oh mein Gott oh mein Gott guck mal, ich mach die Dinger nicht gut du verhaust sie nur halte ah hat dich wieder jetzt nach hinten gehauen ah, es war deine eigene Schuld was oh, ich konnte oh, okay, nice ja, springt er zum Schluss nochmal rein hat wieder zwei Läger siehst du, jetzt bist du wieder im Vorteil mein Lieblingsloch mein Lieblingsloch oh, loll mein Hüpf zurück bis gegen mich geflogen nee, bin zurückhüpfeig auf ja, ja weil ich auf so ne Ecke gelandet bin und dann wieder bong zwei Punkte noch oh, nein oh, shit, ey okay scheiße, das war das falsche Teil spring nein nein schieb ihn rein schieb ihn rein ein Rutsch so wufft lol nein siehst du, wo ich liege oh, shit boah, ich dachte gerade, du haust mich lol das war ja trotzdem hast du zwei Schläge weniger gebraucht als ich ja, ich hätte aber nur zwei gebraucht, wenn ich bei dem einen nicht bei den beiden meine ich so langsam also ich schaffe den Sprung wieder nicht ah, ey ja, guck dir an vom Ziel verkack ich du bist aber nicht einfach war ein bisschen Glück, ne ja nee, war können war pures können ich hab ein Blas von Dreck ich hab ein Blas von Dreck ich hab ein Blas von Dreck du hast mich berührt sehr schön du sagst, ey du hast mich zweimal berührt oh, nein, bitte kann man den irgendwie rausschmeißen lol, okay nein, schade, ich dachte, ich schaffst das doch, man mit dem kann es nicht so gut springen doch na geht doch sogar ein wenig ja egal, ein weniger na, guck mal ich springe da drauf, mein Ball mein Hilfes komm schon, nein, nein ah, einmal noch zehn Punkte Unterschiede das ist bitter, das ist richtig bitter oh, das war ein bisschen zu weit nein, Leute Leute wie war es? ich weiß doch ich weiß doch ich weiß doch es geht doch ha nein ha ha hat mit dienst jetzt aufgrund lang am hauptus bekommen ich lande immer drüben auf dem rahmen ich schaffe den Sprung nicht mehr Loll ich hatte noch die Power ein dass ich dich wegklicken will er würde aber du bist dann auf einmal reingeploppt einzelner gibt es noch mehr zu besagt ein Zünder her und dann nichts mehr nicht erst ja in Form der Haare durch wenn man noch einmal alles einmal alles durch warum so ewig bis man zu Lobby kommt ja ja los geht's jetzt der Zylinder oh der kann ok ok ich bin da ja auch witzig wenn man so ein Kegel hat gibt es auch so was ähnliches oder nicht Kegel nein Niko stand im Weg Niko stand im Weg oh was da ich hab jetzt die Tür gehauen ja bin drin oder so ne so ne so ne Sanduhr ja ne Sanduhr oh oh fail da wollte ich gar nicht hin hauen lol der Würfel kann gar nicht so gut springen der Zylinder Worte Fakti die 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 machen ja mal rein ey nein nein mein Marshmallow wird zurück geschoben oder am besten so ein extra kleiner Ball auch nö damit man durch die ganz kleinen Ritzen kommt gehen kleiner Flummi aber ich hab grad zwei Schläge umsonst gehauen dafür mache ich muss ich den Rund so schade Loll sehr schön ich hab da oben am Start zu zwei richtig low gehauen weil ich nicht so weit wollte Gott Loll Yes Loll wieso rollt er nicht nach da? Geht sie wie mir ne jetzt mach ich ein hole in one doch nicht bin ich gesprungen Hey 3-3 alles klar Ah jetzt kommt mein Loch Welches? Hm auch nicht geschafft schau du Oh lol Ha Alter wenn der Wagen äh der Wagen der Ball so rollt Jetzt hast du's schnell bist rollst du also rollst du auf dem Rand einfach weiter und ich weiß fällt's nicht rein weil du zu schnell bist das ist voll gemein Oh ne Ex Oh man ja das schaffst du nicht Nein siehst du ja nicht meine rollt sogar noch ein bisschen ich kann ja mal nicht springen meiner steht immer viel zu schnell und 3-3 Schade Ey ich hab sogar schon ein Teil zusammengebracht Oh mir fällt die Hälfte aber auch schon wieder runter Wenn er so liegt ist es eigentlich einfach dann 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 Vielen Dank.